Joa Leute, willkommen zurück zu Paladins. Wir spielen eine Grog-Runde. Den Schamanen, Ogre, Org, wie auch immer. Der ist so ein Idiot. Ich finde den Grog trotzdem ziemlich nice. Hat so einen lustigen Laser, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Seht den halt irre langsam nur nach, wenn er dann einmal komplett leer ist, hat einmal so eine Kugel, die verlangsamt, hat den Geistergang, womit ich unverwundbar werde, eine Zeit lang, und halt hier zum Heilen, diesen komischen. So cool. So, wir spielen gegen ein buntes Team. Direkt, direkt, direkt. Einer, der wirklich direkt, äh, ach er Splash-Schaden macht mit seinen Waffenschüssen. Ich meine, der Victor macht mit der Granate halt... Oh, cool. Das ist die... Nanananananananananana. Ups! Du bist doch ein Pisser. Hat der aber einen Lack, ey, dass er genau die Bombe trifft, äh, wo ich wieder unsichtbar, äh, wo ich wieder sichtbar werde. Und ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht hab, da auf den Spot zu rennen. Ja, brauche Heilung. Ja, logisch, du Hayopai. Aber wenn ich down bin, bringt mir erst alles nichts. Und nein, du bist kein Snowman. Was? Ja, die haben mich denn jetzt instant gekillt. Boah, der Bomb King hat einen Damage-Output, das ist ja schon nicht mehr feierlich, ey. Ja, Anno. Denke ich mir auch. Oh, scheiße. Ja, da muss man was machen. Ja, gut, dann müssen wir halt... So. Und... Den verlangsamen wir einmal. Also, zwei Bomben reichen fast zum Insta-Kill. Shit. So, da haben wir das Problem. Und... Und... Ah, da. Einmal da draufhalten und... Nein, 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 nein. Boah, weg. Weg, 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 weg. Alter, warum ist denn da kein Mensch mehr? Wo sind... Boah, ey, das sind alles... Was macht der Makoa da hinten? Der hat, äh, der hat einen Hinterhalt gelegt. Was macht der Makoa da eigentlich? So, meine Liebe. Könnte mal irgendwer gerade hier auf den Wagen drauf... So, ups. Ja, du Wichser! Dann mach mal was dafür! Wenn, äh, wenn du Heilung brauchst, dann mach einfach mal das, was du auch machen sollst. Idiot, ey! Man, 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 ey. Haben keinen Heiler. Das heißt, ich müsste... Bulldozer oder Zerstörer? Bulldozer oder Zerstörer? Eigentlich bringt's nicht eher. Boah, Thunder, super. Hä? Ah, okay. Wurscht. Was macht der denn? Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Der Idiot. Warum... Warum ist der da weggeritten? Wurscht, ist mir jetzt sowas von wurscht. Idiot, ey. Was ein blöder Idiot. Weil sie keine Ahnung von nichts hat, der. Was ist denn da? Ja, ja, war klar. Was hier? Äh, weil's ne Gegnerin ist? Achso, nee, das ist bugged. Was? Was? Ein Idiot, ey. Ach, Mann! Ja, komm mal her. Komm mal her. Und da bist du. Hab dich. Ach ja, kann mal irgendwer den Bomb King machen. Wer ist da eigentlich für zuständig? Wir haben ne Cassie und ne Androxys und mich fickt so hart der BK. Es ist schon nicht mehr feierlich. Und wir haben sogar noch einen Drogos. Okay. Eigentlich dürfte der gar keinen Spaß haben hier, der BK. Okay. Okay. Einmal hierhin. Einmal den. Und einmal. Und wieder zurück. An den Wagen. Einmal das. Und dann einmal. Ihn verlangsamen. Bis ich ihn kriege. Und erwischt. So, jetzt aber. Und hoch da. Alter, geförtert. So. Die hier einmal erledigen. Ja, die Klappe. Moment, das war ziemlich nah. Da hinten ist. Oh, ja. Five. Four. Ach, Drecksack. Und. Na ja, jetzt gehe ich sowieso drauf. Da kann ich nichts machen. Ja, ich habe wenigstens gehofft, dass der Makoa da bleibt. Weil es ist sein fucking Job. Also wenn einer da, wenn einer down geht, dann entweder der Support oder der, ähm, der, ähm, Der, ähm, der Supporter. So. Ähm, einmal das. Einmal das. Dass ich wirklich da drauf gehen kann. So, direkt. Also, den, äh, den meisten Stress macht mir wirklich der BK. Der ist wirklich der Böseste von allen. So, und, äh, bei uns macht mir am meisten der Makoa Probleme. Ja. Äh, äh, ich nehme auch an, dass wir das jetzt, äh, nicht, also wir werden jetzt nicht den Spot einnehmen können. Ich werde jetzt die Ult gleich schmeißen. So. Ich lasse ihn jetzt vorrennen und ich reite jetzt nur den Makoa hinterher. Weil ich weiß nicht, was er vorhat. Er reitet hier links lang, ey. So. Geh mal down, geh mal down, geh mal down. Try and run. Fuck you, heart, ey. Ja, 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 ja. Und jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Easy. Das war easy. Und ansonsten. Naja, das war klar. Ist nicht so tragisch. Das kriegen wir gegen geheilt. Da ist er. Ja. Und wir gehen hier raus. Wir gehen einmal hier raus und... Ja, ja. Ist nicht so tragisch. Und jetzt gehen wir rein. Und... Komm schon. Das bringt mir alles nichts. Einmal das und... Jawoll. Hat zwar meine Ult dafür gebraucht, aber... Es geht doch. Es geht doch. Nein, du bist kein Snowman. Nein, du bist kein Snowman. So. So. Komm, 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 komm. Einmal das. Ach, scheiße. Wer hat mich denn gekillt? Ach, der Viktor. Wir haben aber zumindestens den Wagen eingenommen. Also, das ist schon mal gut. Das heißt, wir verlieren jetzt in dieser Runde nicht. Ich werde meine Ults saven. Okay. Wie du meinst. Also... Von mir aus kannst du das gerne so machen. Aber... Ich hätte es dir jetzt nicht unbedingt so geraten. Komm schon, komm schon, komm schon. Schieb, 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 schieb. Und... Der ist down. Ja. Keine Chance. Ich versuche eigentlich im Moment nur Zeit zu kaufen, dass vielleicht der Makor irgendwann mal ankommt. Ich weiß nämlich nicht, was der macht im Moment. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, der springt auf den Spot oder auf den Wagen und stirbt dann direkt wieder. Weil der tut fast so, als ob ich, äh, was weiß ich, 5000, äh, Schaden in einer Sekunde wegheilen könnte. Für alle, die es nicht wissen. Das kann ich nicht. Vor allem kann ich das nicht mobil. Ich kann das halt nur statisch an einer Stelle. Ich weiß gar nicht, ob man das Ding oben draufstellen kann. Ja, kann man. Und weg. Erstmal hier in meinen Heal rein und dann... COD-Spieler. Naja, ist nicht tragisch. Und einmal hier drauf. Danke! So, hat ein Drax. Was war das, der mir echt... Der gerade gerettet hat. Ähm... Wir brauchen auf jeden Fall die Ult. Das ist super. Ich verstehe immer nicht, welcher Tank nimmt denn bitte Veteran. Also, das sehe ich ganz oft, dass Tanks Veteranen nehmen. Klar, während die halt ihren Schild benutzen, so wie der Fernando oder sowas, solange der Schild angegriffen wird und nicht der Fernando, äh, kann er aus dem Kampf raus. Genauso wie der Makoah auch. Aber... Das wird so selten passieren. Boah, Glück gehabt. Ja, coming to my circle. Circle of life. Und einmal weg hier bitte. Ja, kannst du knicken. Shit. Ja, ich musste warten, bis, äh, bis wir die, ähm, bis wir die, ähm, das Life wieder voll haben. Ja, wenn die ersten schon abbrechen, dann ist, dann ist sowieso vorbei. Also, sobald einer raus ist, ist es ein 4 gegen 5 und dann sowas. Äh, das ist eine Lächerlichkeit. Das ist eine Lächerlichkeit. Feierabend. Wow, Highlight des Spiels. Das dürfte die Ult gewesen sein. Haha, cool. Jawoll. Bester Spieler. Ey, ich bitte euch. Ich hab 14k geheilt. Und das mit dem Grog. Also, ähm, das ist nicht so schlecht gewesen. Ich mag den Grog trotzdem nicht. Also, doch, eigentlich, der, äh, der ist ganz cool, aber da muss es dann vernünftigen Tank geben und dann nicht sowas hier. Naja, gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Paladins. Haut rein, bis dann. Und, äh, ciao, ciao. Ciao.